Ooooooooh Leute, es tut mir wirklich leid, aber ich schaffe es heute nicht mehr ein Video hochzuladen Ich hatte den ganzen Tag Probleme mit dem PC Das Netzteil wurde ausgetauscht Rahmen wurde ausgetauscht Und jetzt hat es funktioniert Allerdings schaffe ich das zeitlich nicht mehr, es hochzuladen Da ich keine 100k-Leitung besitze Deswegen werden die anderen Videos morgen kommen Um 16 Uhr COC 17 Uhr Mario Kart 18 Uhr Outlast 19 Uhr angegruselt Und ich hoffe, ihr könnt mir das nochmal verzeihen, dass heute kein Video kommt Aber wir sehen uns dann morgen Ciao Ich hoffe, ihr stört euch nicht allzu sehr, denn ich hatte total große Probleme Vorhin zum Beispiel, ich rendere Outlast, gucke in den Ordner rein Outlast ist da nicht drinne Was ist das? Wie gesagt, ich hoffe, ihr stört euch nicht allzu sehr Wir sehen uns dann in der morgigen Folge Ciao